So, hallo und herzlich willkommen Leute zu Folge 5 von Road to Prestige. Hier ist Tablenack für euch und nun spielen wir ein Team Deathmatch auf Plaza. So, ein kurzes Update. Wir sind Level 12. Mit dabei die Waffe PDW-57, Reflexvisier und Schalldämpfer. Extra 2 Gear, Hardliner, Zähigkeit, flinke Hände, Gewandtheit, Samtex und Handgranate. Ich habe ein paar Themen zusammengestellt, die jetzt auch für dieses Video reichen. Dieses Video wird leider nicht so lang. Erstens, ich habe mir eben wenig Themen ausgesucht diesmal. Zweitens, es ist schon spät. Und drittens, weil es so spät ist, muss es kurz werden, weil ich auch morgen früh ziemlich sehr, sehr früh raus muss. Ja, fangen wir direkt mit dem ersten Thema an. Es ist Klassennamen geändert. Wie ihr vorhin gesehen habt, ganz kurz. Also mit der Klasse, die ich jetzt spiele, ist die PDW. Die habe ich genannt MP-Wahnsinn. Da wird dann entweder die PDW oder die MSMC drin sein, wenn ich sie freigeschaltet habe. Ja, die zweite Klasse heißt Stürmen. Mit der Type 25. Die dritte Klasse habe ich geschrieben Motherfucker. Aber wird ja natürlich Motherfucker ausgesprochen. Ups, schlechtes Wort gesagt, tut mir leid. Mit der MK 48. Weil mein Cousin hat immer die, ähm, bei Counter-Strike, die Waffe, ach wie heißt sie noch gleich. Ja, diese ganz große, für 5000 Dollar, ja eben so ein MG, so ein LMG. Und die hatte dann immer statt, so wie sie heißt, Motherfucker genannt. Ich fand das immer lustig. Ja. Die vierte Klasse ist dann Boon. So geschrieben B-O-O-N. Wenn man es umdreht, kommt Noob raus. Deswegen. Da habe ich reingenommen R-870 MCS. Also wenn ich Langeweile habe und gerade mal irgendwie Agro drauf bin, nehme ich mir die Shotgun und bam bam, alle weg. Ja, und die fünfte Klasse habe ich beliebig genannt. Ganz einfach, weil ich da irgendeine Waffe immer hinpacken werde. Dieses Mal habe ich mir die MP7 reingepackt. Einfach so. Ich werde da auch manchmal die M8 reinpacken. Also die M8A1 oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, zweites Thema. Die Geschichte der Trophäen. Wie bin ich dazu gekommen und warum bin ich immer noch dabei? Ja. Wie bin ich dazu gekommen? Ganz ehrlich, dass diese Trophäen sind ein Anreiz, ein Spiel weiterzuspielen. Weil jetzt beispielsweise, wenn ihr die Kampagne von MW2 einfach auf Recruit oder von mir aus auf Soldat durchzockt. Wow, ihr habt es durchgespielt. Ihr hattet keine Herausforderung. Ihr habt einfach nur die Story gesehen, wie sie ist. Da ist mal hin und wieder einer gestorben. Da, da. Das ist doch alles langweilig. Dann kamen und dann sind da diese als, ähm, die Herausforderung, diese Trophäen, wo ihr einfach, na sag schnell, die Kampagne auf Veteranen durchspielen müsst. Erstens, ihr habt eine Herausforderung vor euch. Und zweitens, es hat einen gewissen Anreiz, diese Trophäe zu bekommen. Ja, und dann gibt es das Trophäe zum Beispiel, sammle alle hier Informationen. Da müsst ihr, da seht ihr die Map, also ihr seht die ganzen Details der Map. Und zweitens, das ist manchmal blöd, die ganzen Sachen zu suchen, weil ihr meistens entweder, ähm, frei, frei Schnauze die ganzen Sachen sucht. Ich benutze dafür Websites, YouTube-Videos, hilft alles ganz gut. Ja, und als, ähm, letztes Beispiel, jetzt sagen wir mal, beende alle, sammle 69 Sterne in diesen Spezialeinheit-Missionen. Das war Arbeit, Leute. Danke an meinen Freund Veritas399. Ich empf, also, nicht, dass ich ihn euch empfehle, aber es ist ein echt guter Freund. Und, ah, darüber labern wir in der nächsten, im nächsten Road to Prestige-Folge. Ich schreibe mir das gleich mal auf. Wie wir uns kennengelernt haben und so. Ja. Und dann, warum bin ich immer noch dabei? Also, auf wieder ein kurzes Update. Ich hab vor circa, geschätzten 15 Minuten, ein Platin-Trophäe gemacht. Endlich nach, was weiß ich, einem Monat. Men in Black Alien Crisis. Scheißspiel. Aber, das ist jetzt die 109. Trophäe. Weil mein Papa hat mir gesagt, Junge, mach die, mach die irgendeine, noch, mach noch irgendeine Platin. Denn ich will die FIFA 13 Platin als 110. haben. Und ja, ich hab 109 Platin zur Zeit. Ist eine große Summe. Und, ja, 8200 und paar gebrückelte Trophäen hab ich. Müsst mir jetzt kein Respekt oder so. Was... Ich spiel einfach, weil ich spiele. Und die Trophäen reizen einen immer wieder dazu, Spiele zu spielen. Ausnahmen sind jetzt, nur weil ich die Trophäen bekommen will, sind jetzt so Spiele wie... Pfff... Hannah Montana oder Arthur und die Minimoy. So ein Scheiße eben. Lego. Würde ich alles nie spielen. Okay, das Lego vielleicht, aber... Das sind so Spiele, die sind... Ohne... Die sind einfach nur zum Trophäen jagen da. Ja, Trophäen. Unser Stichwort. Jedes Trophäen-Hunters. Hehe. Ja. Ich glaub, das war's auch schon. Was ich schnell erwähnen wollte. Ich mach jetzt 10 Tage Pause, da ich jetzt eine Skifreizeit hab. 10 Tage lang. Deswegen kommt die nächste Folge erst so 18. und 19. Deswegen wünsche ich euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ja, dann sag ich mal. Tschüss.